Wenn meine Frau stärker und schneller ist als ich, dann kann die halten. Ich könnte dich aus dem Feuer retten ganz schnell. Ich habe noch einen Bierkasten. Es gibt auch Feuerwehr. Ich werde dich sogar schneller als die Feuerwehr. Ich frage mich sowieso, was die die ganzen Tage machen, Feuerwehrleute. Was machen die dann? Was machen die den ganzen Tag? So, heute machen wir ein Seminar, wie löschen wir Feuer. Ihr nehmt Wasser und schmeißt es da drauf, bis es aufhört, Feuer zu machen. Jetzt auf einmal doch, der feine Herr. Aber ey, ich kenne noch ein geiles Lied, pass mal auf. Es war ein Mann, deiner Mama, der liebt traurig. Wer ist denn deine Hütte? Danke. 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 Danke.